Ja, unser Caritas-Verband wird 100 Jahre alt. Das ist ein großer Anlass zur Freude. Und ich möchte herzlich gratulieren zu dem, was in diesen 100 Jahren geschehen ist, an Zuwendung zu Menschen, an Ideen, die geboren worden sind, und an Hilfe in unterschiedlichsten Zeiten. Ja, immerhin liegen zwei Weltkriege dazwischen. Und was in den letzten Jahren besonders auch auf Flüchtlinge hin geschehen ist, das ist großartig. Da kann man nur Dankeschön sagen und für die Zukunft wünschen, dass es mit viel Engagement und Mut weitergeht.